In diesem Video schauen wir uns jetzt nochmal auf einer schematischen Ebene Peer-to-Peer-Business-Models auf der Blockchain an. Dazu auch nochmal im Vergleich zu einem ähnlichen Modell wie beispielsweise Adobe Stock. Schauen wir uns Adobe Stock an, das in meinem Framework modelliert und dann bietet Adobe Stock den Verkauf von Stockfotos, Bildern, Grafiken etc. an. Die Plattform funktioniert so, dass diejenigen, die Bilder besitzen, die auf die Plattform hochladen, technisch gesehen und idealerweise, wenn sie verkauft werden, Geld von Adobe bekommen. Auf der anderen Seite haben wir die Nutzerinnen und Nutzer und die verbinden sich dann tatsächlich nachher sogar noch mit Photoshop, Illustrator usw. mit der Plattform Adobe Stock und können dort Stockbilder sehr einfach und schnell von der Plattform kaufen und downloaden und dann nachher in der Software nutzen. Und dafür zahlen sie Credits in Form von Geld. Das sind übrigens, wenn man sich das genauer anschaut, auch heute schon Token, diese Credits. Die heißen dann eben da nur nicht so. Also insofern sieht man schon, die sind schon Blockchain-nah, machen es aber so noch nicht. Und jetzt ist der Austauschzyklus eben so. Diejenigen, die verkaufen, laden die Bilder hoch. Diejenigen, die kaufen, zahlen das Geld, laden die Bilder herunter. Warum ist es nicht Blockchain-basiert? Weil letztendlich nachher, wenn diese Person die Bilder nutzt, hier keine Verbindung mehr zwischen denjenigen, die das nutzen und verbreiten und denjenigen, die ursprünglich mal diese Bilder gemacht haben bzw. eingestellt haben, muss man korrekterweise sagen, in Adobe Stock existieren. Also es gibt keine Verbindung. Es ist aus meiner Sicht ein zweiseitiges Plattform-Modell, weil Adobe Stock oder alle Plattformen, die Stock-Material verkaufen, letztendlich diejenigen, die Stock-Material rechtlich besitzen und diejenigen, die Stock-Material schnell und einfach für ihre eigenen Werke nutzen wollen, miteinander verbinden. Hier nochmal der Gedanke, aus der klassischen Sicht könnte man das vielleicht noch als Plattform-Modell bezeichnen, aber eigentlich auch nicht, weil der Transfer läuft wirklich über die Infrastruktur von Adobe Stock oder von anderen und die Bilder bleiben sozusagen nicht im Besitz von der Person und die geben sie dann auch sozusagen nicht an die Person, sondern sie geben hier die Verwertungsrechte ab an die Plattform und haben keine nachvollziehbare Beziehung mehr zu den Usern. Also es ist aus meiner Definition heraus ein zweiseitiges Modell. Die Plattform Adobe Stock erbringt eine ganze Menge an Leistung für die Gruppe und für die Gruppe und sie wickelt nachher auch die Transaktion ab. Sie verlangt hier Geld und zahlt hier Geld aus, sie nimmt hier Bilder an und verteilt hier die Bilder. Aber es ist eben kein Peer-to-Peer-Modell, denn hier können auch gleichartige Gruppen sein, aber die Austauschbeziehung findet wirklich über die Plattform statt. Wenn wir uns das jetzt auf einem Marktplatz oder einer Plattform wie OpenSea im Vergleich anschauen, schaut das erstmal genau gleich oder sehr ähnlich aus. Denn was OpenSea jetzt macht ist, dass sie sagen, wenn du ein NFT besitzt in deiner Wallet oder diesen Besitzenden recht über den Smart Contract und die ID nachweisen kannst, dann kannst du das bei mir verkaufen. Und auf der anderen Seite kann ich mich mit meiner Wallet verbinden und ein NFT kaufen auf OpenSea. Jetzt hatte ich in dem Video zuvor gezeigt, das geht auf einer Plattform wie 12Fold.io auch. Ich kann also da mitsteigern oder ich kann auch sagen, ich kaufe das, indem ich dir Geld schicke und du schickst mir das NFT. Und auf der Blockchain kann ich das auch nachvollziehen. Aber ich muss eben maximales Vertrauen haben, dass die Person, die das NFT besitzt, mir das nachher auch überträgt. Und nicht sagen, du hast mir sowas Geld geschickt, aber ich bin ja auch anonym. Du kannst jetzt eben nicht nachvollziehen, ob ich dir dann wirklich das NFT gebe. Oder das Ordinal oder nicht. OpenSea, wie ich das ja gezeigt habe und ich zeige es gleich nochmal, macht ja das jetzt folgendermaßen, dass ich sage, du musst jetzt eben anders als bei Adobe Stock oder bei Stockplattformen, musst du jetzt dein NFT hier nicht hochladen, sondern wir schreiben ein Smart Contract und sagen, okay, wir sichern ab, dass dieses NFT erstmal in deiner Wallet bleibt. Und wenn es jemand kauft, dass es dann auch aus der Wallet an diese Wallet gesendet wird. Also das sind schon Plattformen aus dieser Sicht und die Leistung, die sie jetzt aber erbringen, ist wirklich Peer-to-Peer, weil sie sagen, wir nehmen dieses Asset gar nicht, sondern der Asset-Transfer, Geld gegen NFT, der findet nachher wirklich direkt zwischen dem Wallet statt und über die Blockchain. Also deswegen wird ja der Smart Contract hier reingeschrieben und nachher der Transfer wird auch in diese Transaction Ledger und in die Blöcke hineingeschrieben. Aber diese Plattform erbringt einen ganz wichtigen Asset und eine ganz wichtige Leistung, nämlich die Absicherung, dass diese Transaktion wirklich stattfindet und dass es nicht betrügerisch ist. Also insofern haben wir jetzt eigentlich aus meiner Sicht einen echten Intermediär, so wie ein Notar auch, der sagt, ich schaue nur, dass dieses Geschäft fair und transparent abläuft und sichere beide Parteien über einen Smart Contract ab. Also da haben wir dann eigentlich insofern ein dreiseitiges Modell, weil, wie bei einem Notar auch, wenn dieser Vertrag sozusagen abgeschlossen wurde, dann sichert der Notar in dem Fall wirklich, dass diese Transaktion in das Register reingeschrieben wird, wie im Grundbuch oder ein Handelsregister. Also diese Person oder diese Plattform, die sichert ab. Aus meiner Sicht sind es wieder zwei Plattformen, weil hier findet eine Leistung statt, nämlich den Smart Contract in die Wallet zu schreiben, wenn ich verkaufen will. Und hier muss ich mich mit der Wallet verbinden. Ich habe dann Suche- und Kauffunktionalitäten, muss dann auch Geld oder Kryptowährungen in die Wallet bekommen und so weiter. Und deswegen sind das aus meiner Sicht ja sogar zwei Plattformen, OpenSea. Und die transferieren oder sichern den Transfer zwischen den Wallets ab über die Ledgers. Und deswegen haben wir jetzt sowohl technisch gesehen ein echtes Peer-to-Peer-Modell, als auch konzeptionell, weil eben die digitale Asset-Leistung, also diese Assets, die werden wirklich außerhalb der Plattform distribuiert. Anders eben als bei Adobe Stock, die wirklich sagen, du musst uns das Bild hochladen. Dann können wir es auf der Seite verkaufen, der muss uns das Geld geben. Und wir überweisen es dir, weil ich jetzt wirklich sagen kann, nee, das macht ihr untereinander aus. Ich behalte für mich eine Gebühr ein, aber der Transfer, der findet zwischen euch statt. Und aus dieser Sicht ermöglicht jetzt also die Blockchain ganz, ganz neue digitale Geschäftsmodelle, die sehr ähnlich sind zu traditionellen digitalen Geschäftsmodellen, aber konzeptionell und technologisch eben dann doch anders funktionieren. Zum Abschluss nochmal das Beispiel aus dem Video zuvor bei OpenSea. Wenn ich also ein NFT verkaufen möchte über solche Marktplätze, über solche Plattformen, dann passiert jetzt eben Folgendes, dass die Plattform OpenSea eben hier ein Smart Contract erstellt, mit dem ich erlaube, dass OpenSea Zugriff auf meine Wallet für diese NFTs bekommt. Und im Falle eines Verkaufs greift dann dieser Smart Contract auf meine Wallet zu und überträgt an die kaufende Wallets, die Naughty Birds, und schreibt mir im Idealfall, wenn das Smart Contract echt ist, dann das Geld gut. Und hier sieht man, es ist ein Smart Contract, der wird nämlich jetzt auf die Blockchain geschrieben, in die Ledgers geschrieben. Ich kann also das nachvollziehen, dass dieser Smart Contract generiert wurde. Man muss aber eben sagen, es ist mit einem hohen Vertrauen verbunden, weil ich mich jetzt darauf verlassen muss, dass dieser Smart Contract das tut, was er tun soll. Nämlich nur im Falle des Verkaufs wird nur dieses eine NFT genommen und an die Wallet übertragen und mir das Geld dann tatsächlich zugewiesen, plus der erstellenden Person, weil der, hatte ich ja noch gesagt, kriegst auch noch x Prozent von dem Verkauf ab. Jetzt haben wir ein echtes Peer-to-Peer-Modell. Warum? Weil OpenSea keine Dateien annimmt, bei sich speichert und dann weitergibt, sondern sie sagt, wir sichern nur bei einem Smart Contract diese Transaktion ab und damit muss ich ein hohes Vertrauen in solche Plattformen haben. Also, das ist ein Unterschied zu Adobe Stock oder zu YouTube. Adobe und YouTube nehmen die Dateien von mir an. Ich lade sie dort hoch. Sie ergänzen sie um gewisse Features, um gewisse Informationen. Sie haben sie aber technisch in der Verfügbarkeit und ich muss auch meine Verwertungsrechte an diese Plattform über AGBs abgeben. Das brauche ich jetzt in der Blockchain nicht. Die Assets sind in der Blockchain gespeichert oder in einem Dateien-Peer-to-Peer-Netzwerk. Und ich habe jetzt eine Plattform wie OpenSea nur dafür eingesetzt, damit sie eben diesen Austausch generieren und die generieren Smart Contracts. Diese Smart Contracts sind aber in der Realität relativ gefährlich, weil man eben nicht genau weiß, was sie tun. Deswegen brauchen solche Plattformen hohes Vertrauen, damit ich eben sage, ich gebe diesen Smart Contract frei. Also, wenn das interessant war, dann schaut euch gerne mehr Videos von mir zu diesem Thema an. Kommt gerne in meine Webinare, in meine Kurse. Denn im Prinzip muss man ein paar Architekturen neu lernen. Die sind ein bisschen anders als in der klassischen Webarchitektur. Und wenn man die einmal verstanden hat, dann glaube ich, sieht man ganz gut, wie viele neue digitale Geschäftsmodelle oder tokenbasierte Geschäftsmodelle sich rund um Blockchain-Technologie entwickeln lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst auch gerne ein Like und folgt meinem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß mit tokenbasierten Geschäftsmodellen und generell mit digitalen Geschäftsmodellen.